Und... Bereit? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together, Don't Stop. Together. 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 Ach nee, ich muss ja tief haben. Ah, ich bin zu verwirrt heute. Ich packe das mal hier rein. Koch nichts. Oder nimm dir den Honig da raus, keine Ahnung. Ich esse was. Da, da, da. Mal die Steine, ich brauch die Scheiße. Denn wir machen uns... Oder Scheiße gesagt. Wo sind die Steine? Ich brauch doch die Steine. Nimm mir die Kacke. Sie kann nicht mehr Pupu sagen. Ich hab sie verdorben. Was fehlt mir denn jetzt? Ach, die Alchemie-Engine. Ja, jetzt hab ich's vergessen. Dafür brauchten wir... Da, nimm die Steine. Jetzt nimm die Steine. Los. Geht doch. Ein Stück. Das bringt uns total viel. Okay, dann machen wir jetzt eine Basic-Farm. Und... Wieso ist hier kein Platz mehr? Ich hab keine Ahnung. Dann machen wir es halt oben. Wir sind so tot. Nein, ich meinte, wir sind so Brot. Ach, ich hab wieder vergessen. Nein. Jetzt hab ich das... Sekunde. Jetzt hat die Sekundenkleber vergessen. Nein. Nein. Äh... Wieso ist meine Auslastung so hoch? Ich jammer sogar in unterschiedlichen Tonlagen. Ich hab keine Ahnung. Äh, es wird dunkel. Ah. Mein Lieblings-Knäuel. Hm. Wow, jetzt haben wir eine Farm. Das hat uns... Nein. Nein, ihr Verfickten. Kümmert du dich ums Feuer. Ich kümmere mich um die Hände. Was ist denn mit den Händen? Kümmere dich ums Feuer. Es darf nicht ausgehen. Die wollen das Feuer ausmachen. Es ist doch noch an. Ja, aber die nehmen ganz schön viel davon weg. Also pass auf... Pass auf das... Und man muss auf die rauftreten. Deswegen... Ich bin schon da. Ich komm schon. Hier ist die Treppe. Äh... Die Straße. Ah, ich hasse diese Hände. Das sagt... Ich kümmere mich einfach drum einfach... Ja. Geht weg. Immer schön auf die Finger... Immer schön auf die Finger trampeln. Nee, aber... Oh, das ist aber kein Finger. Geht doch mal weg, ihr verfickten Hohensöhne. Na, könnte ich mal was vom... Könnte ich mal was vom Feuer haben? Oh, noch nicht auf meine Hand. Kleine. Das ist mal mein Lieblingsfinger. Südisch. Oh, ich hasse diese Tinger. Na, die... Ah, von der Mitte wieder mein Lieblingsfinger. Ah, ich hatte heute noch... Oh, das war der Elfte. Ich wollte gerade... Ah, ich hasse diese Hände. Ich mag die Musik. Das ist schön gruselig, ja. It's so dark. I can see again. Es ist sowieso gleich hell, dann sind sie weg. It's so dark and so mysterious. Wow, Papa Cocky. Hier ist dein Mut wieder. Du kannst jetzt behalten. Ja, eintragen und dann... Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte gucken wegen... Stink nach Wilson. Ich weiß nicht mal, wo man die Electric Doodle macht. Wo macht man die? Man konnte die doch craften, oder nicht? Die Electric Doodle. Ja, ich hier. Eingeschnittener Stein. Und davon brauchen wir zwei. Mh, dann die Science... Achso, eins... Maschine, davor brauchten wir doch... Ja, zwei. Ich überlasse das voll und ganz dir. Okay, die Alchemie-Engine braucht zwei geschnittene Steine, was wir nicht mehr haben. Uns fehlt genau ein fucking Stein, du willst mich verarschen. Okay, was braucht die Alchemie-Engine noch? Sie braucht vier geschnittene Boards. Okay, das kriegen wir hin. Eins. Ich kann nichts mehr tragen. Wenn ihr professionelles Gameplay sehen wollt, dann seid ihr bei mir falsch. Vier. So, wo ist Chester? Hast du den? Nein. Chester? Chester? Achso, da. Ich sehe ihn immer nicht in dem Gewirr, was man hier so hat. Okay, dann behalte du mal die Electric Doodles und den geschnittenen Kackstein. Geschnittenen Kackstein. Und ich verhungere und gehe deswegen kurz mal zu den Schweinen. Den bestimmten Kackstein. Los, Pflanze. Los, Pflanze. Seht ihr, Bäume? Ich habe was gepflanzt. Ich bin eigentlich ein guter. Ich meine, ich bin eigentlich ein guter. Ich verhungere. Kann es sein, dass du verhungerst? Ja. Ich verhungere. Na. Ich sterbe sowieso irgendwann. Ach, Quatsch. Aber ich weiß, wie man sich ein Telltale hat. Telltale hat. Ach, der Gott. Das ist wichtig für einen Endsieg. Ja. So. Ich morde hier mein Häschen. Brate das. Nicht, der Gubbel. Verpiss dich, Gubbel. Das sind meine Beeren. Wo bist du denn? Ich bin unten bei den Scheißschweinen. Nein, der Gubbel. Der Gubbel. Der Gubbel. Der Gubbel des Todes. Ach, die kommt schon zurecht. Oh, ich soll etwas essen. Okay, ich hatte mal einen Praten. So. Ja, Gubbel, geh ruhig in den Sumpf. Ich geh mal hier nach... Ich weiß, wir müssen unbedingt Schweine finden, ja. Wir müssen unbedingt Steine finden. Schweine, Steine. Soll ist das Gleiche. Wieso sind hier keine... Wow, hier sind Spinnen. Wow. Eine Spinnenkönigin vielleicht. Ein bisschen. Es kommt schon sehr nah ran. Ein bisschen Spinnenkönigin. Warum ist denn hier wieder so ein komischer Kackwald? So. Boah, wie du jetzt am Rumpfluchen bist. Ich bin angepisst, aber der Plan nicht aufgegangen ist. Pisst auf. Da sind halt keine Skrupel mehr. Was ist denn... Ach, hier unten ist doch der Weg zu dem... Oder? Nee. Ich suche währenddessen mal. Soll ich es riskieren? Na, was soll ich schon schiefgehen? Oh, verdammt. Jetzt weiß ich, was schiefgehen könnte. Aus. Lasst mich Ruhe. Fui. Steine. Nicht sterben. Nicht sterben, Seroplus. Hallo, Büffel. Kawaii-Bien. Kawaii. Oh, fuck, 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 fuck. Steine. Das ist... Ein Steinbien. Wo ist meine Fackel? Wo ist meine Fackel? Wo ist meine Fackel? Oh, fuhr. Ich hab meine... Ich hab doch vorhin eine Fackel gemacht. Bin ich jetzt paranoid? Wo ist denn ein Stein? Wir sterben sowas von ohne Steine. Jetzt sammelt den blöden Honig ein. Los. Los. Ich hab Honig. Ich hab Honig. Das ist gut. Ich riskier jetzt... Ich schreib's den Namen heute. Ich riskier jetzt mal mein ganzes Leben hier. Mein ganzes. Jetzt gäbe es auch ein halbes. Ich riskier mal ein halbes Leben dafür. Wieso gibt's keine Steine? Wir haben eine Map ohne Steine. Was... Was... Was total unmöglich ist. Ist nicht unmöglich. Siehst du doch. Ich lauf die ganze Map ab. Hier bei den Büffeln gerade. Aber hier ist überall ein totes Ende. Ich muss mich so beeilen. Ich hab extra Large als Karte genommen. Und hier gibt's Spinnen. Super klasse. Oh, hallo Schweinehaus. Wenn's jetzt Vollmond ist, bin ich so tot. Und noch mehr Spinnen. Kann ich noch? Ich geh mal wieder. Fuck. Okay, ich hab keine Fackel. Weil die warum auch immer weg ist. Wenn ich's... Wenn ich's... Wenn ich's... seh, dann werd ich's einblenden. Wo ich die Fackel losgeworden bin. Schaff ich's noch? Schaff ich's noch? Ah, dass die Lagefeuerstelle... Gut, 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 gut. Ich... Ich... Ich mach mal zu Hause ein Feuerchen. Ich bin aufgeschmissen. Wir sind aufgeschmissen. Ich bin aufgeschmissen. Du bist aufgeschmissen. Wir sind aufgeschmissen. Das könnte ein Lied sein. Wenn wir keine Steine finden, sterben wir im Sommer. Das wär so'n Spongebob-Song. Ich bin aufgeschmissen. Du bist aufgeschmissen. Wir sind... Warum ist sie überall Wüste? Warum gibt's in der Wüste keine Steine? Warum... Hallo? Warum ist mir kalt? Warum hab ich Hunger, Durst und muss aufs Klo gleichzeitig? Alter, ich lauf hier... Wo bist du? Ich bin am Arsch der Welt. Das ist gut. Es wird gleich dunkel. Ich bin auf der Quest nach Steinen. Auf der Quest nach Stein. Nein. Also folgendes. Ich hab jetzt ne Fackel. Äh, wieso kann ich mir kein... Weil ich kein Holz habe. Toll. Hab ich hier... Nein, ich hab kein Holz mehr. Sie hat kein Holztuten tun. Stimmt. Da war was. Egal. Ich hab ne Fackel. Ich mach mir noch ne zweite. Für den Fall der Felder ist die eine. Gut. Ich hab nicht genug Stöcke. Ah, da krieg ich noch einen. Ähm... Ich mach mir noch ne zweite. Äh... Wow, ich hab Steine gefunden. Ich bin aber gleich am sterben, weil es dunkel wird. Fuck, meine Sanity ist bei 47... Äh, 47... Nein, 47. Ich zünde mal ein paar Sachen an. Ich mach mir ne zweite Fackel. Ah, das ist Flint. Oh Mann. Ich bin so tot. Ich zünde den Baum hier an. Los, freu dich. Ah, freu... Oh. Wenn ich nah genug dran bin, dass die Sanity hoch geht, dann kriegt sie Schaden. Ich bin so tot. Ich mein, das ist jetzt mal voll Ernte. Ich bin so tot. Ich seh nicht mal irgendwas. Hallo. Ich auch nicht. Da. Ich hab Steine. Einen. Ich hab drei. Ich bin besser als du. Boah, voll das Battle. Episches Battle. Sanity von 45. Das ist gut. Das ist gut. Sie geht weiter runter. Das war wie beim Golf, oder? Je niedriger, die ist mir so besser. Nein. Verdammt. Hier geht's scheiße. Oh, das ist schlecht. Ich hab hier grad einen Wüstenwü... Also, das... Fuck, ich ver... Okay, entweder... Ich verhungere auch gleich. Ich seh grad. Okay, ist nicht mehr so lange Nacht. Das ist gut. Ich seh nichts. Oh Mann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell. Noch ne Torch. Please. Danke. Ach, ging die eine fast aus? Die eine ging grad aus und ist... Ich hab hier zwar ein paar Sachen angezündet, aber es hilft mir auch nicht ewig. Puh. Jetzt steh ich hier ganz im Dunkeln. Ich werd grad sagen. Okay, 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 okay. Alles cool, alles cool, alles cool. Äh, meine Pickaxe hab ich hier reingetan, ne? Zwei, nicht die kurz... Oh, zwei Steine. Drei. Kümmer dich lieber um was zu essen, wenn du kurz einfach hungern bist. Vier. Hallo, würdest du das bitte abmienen? Danke. Der läuft da rum wie so ein Bekloppt. Fünf. Sechs. Ah, ah, ah. Nein, hör auf, den Baum zu kuscheln. Aus. Aus. Oh Gott, das war dumm, den Pilz so zu essen, damit ich einen Inventarplatz frei hab. Jetzt hab ich 13 Lebenspunkte. Das ist super. Ich 40. Meine Sanity ist im Keller und... Oh, verdammt da. Ich hab kein... Ihr... Hätt ich... Ich hätt die Pickaxe nicht wegwerfen sollen. Das hat uns jetzt ein bisschen... Egal. Ich hab Steine. Ich hab Steine. Ich komm zurück zum Camp. Ich hab 10 Steine. Ich hab auch ein paar. Ich muss hier nur in der Wüste extrem vorsichtig sein, weil das das Gebiet der Hunde ist. Ich bin grad im dunklen Wald. Aber hier gibt's viele gute Steine, das ist sehr gut. Ich meine, hier soll's höchstens mal sein, dass irgendwo Spinnen sind. Ansonsten sollte hier keine Gefahr sein. Und wieder die Steppe. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, 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 super, Bären. Ich hab mich noch nie so über Bären gefreut. Oh, und hier grenzt auch ein Steinbiom an, glaub ich. Sieht so aus gerade. Ich hatte vorher so Mini, so nur so Mini-Teile halt. Das ist kein richtiges Biom, sondern halt so... Ich hab Bären, ich hab Bären, ich hab Bären. Gut, gut, gut. Wie, wie viel? Oh, verdammt, ich soll ganz schnell was kochen. Oh Gott, ich hab so ne Angst, was ist, wenn jetzt die Hunde kommen? Mopse ich ihn mal den Teufel nicht wieder an die Wand. Aber ihr wisst, dass ich die Rechte habe. Der Teufel möchte nicht gemau... Ich hab nichts zum Kochen. Fuck. Warte, ich, ich komme, ich, ich, ich bin auf dem Weg. Wenn ich weiß, wo der Weg ist... Los, da. Koche, du Sau, koche. Da. Doch, ich, ich hab Holz. Ich hab... Ich hab 13 Bären. Verdammt, hast du die Bären gegessen? Nein. Ich koch grad Bären. Ist alles cooler, ist cooler, ist cooler. Ich werd nicht verhungern. Bin auf dem Weg. Ich werde nicht verhungern. Oh, hm. 9,50. Vielleicht findest du beim Staubsaugen zu Hause noch ein paar Fusseln. Ich hab'n Hasen. Es gibt heute was Warmes. Yay. Vielleicht ist ja schon was in der Farm gewachsen, auch wenn ich nicht dran glaube, weil es die lahmarschigste Farm der Welt ist. Also die, die ich hingebaut habe. Guck mal, ich laufe den richtigen Weg. Ey, das, das, das Steingebiet, also das Wüstengebiet, was total gefährlich ist, natürlich. Ich kann auch kein normal... Okay, das normale Steingebiet hat diese komische Flügel. Geil, hurry up, stupid plant. Lauf ich überhaupt richtig? Ich hab' keine Ahnung. Ich find' ja mich gerade, äh, ich hab' übrigens nichts, äh, zum Befeuern. Good host. Also gar nichts. Nichts zum Befeuern. Ich hab' was zum Befeuern. Das ist also... Ich, ich, ich pflück' noch ein paar mehr Berries auf dem Weg. Das ist gut. Weil ich hab' jetzt alles von mir in den Topf gehauen, um mich irgendwie am Leben zu halten. Bin schon auf dem Weg. Du musst auf die Rezepte achten, sonst kommt da nur, äh, weiche Scheiße raus und die gibt dir gar nichts wieder. Naja, wenn man Bären reinhaut, dann... Äh, ja, dann kriegt man einen Fist full of Jam, das ist ganz in Ordnung. Ja, eben. Das hab' ich jetzt gemacht gehabt. Das mach' ich auch gleich. Ich wollte ja eigentlich zwei Crockpots machen, damit jeder seinen eigenen hat, damit's schneller geht. Äh, aber dafür brauchen wir Kohle. Kohle, 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 Kohle. Äh... Ja, ich hab' wieder 24 Games Punkte! Mopsin jongliert mit ihrem Leben! Nicht mit meiner Sanity, ich hab' mir eine Sanity von 53. Die Sanity geht bei mir so schnell runter. Bist du die Blumenkrone haben? Ich hab' selber eine. So, du hast eine, oh, okay. Aber die ist... Dann geht die nicht hoch? Die ist leer. Äh. Pack' den Kack mal weg, damit ich Platz hab'. Äh... Wo ist denn... Kann ich dir... Wir brauchen einen Mülleimer. Was? Wir brauchen einen Mülleimer? Ja. Ich brauch' eine neue Blumenkrone. Ah, ich kann keinen Scheiß mehr tragen. Hier, nimm! Ach, Gott sei Dank. Was hast du denn da drin bei dir? Zeig mal. Hm. Hm. Nichts Besonderes, aber das brauchen wir alles für die Science-Maschinen, die Sachen. Da hab' ich meine Fackel reingelegt. Oder war das deine? Das war meine, egal. Da kannst du wieder... Ich will keine... Will keine alte Fackel haben. So, jetzt sterben wir nicht sofort. Das ist schon mal ein Vorteil, äh... Wie, die Hunde kommen jetzt? So. Ich hab' ich kein Gold mehr. Achso, ich weiß wieso. Äh, ne. Was brauch' ich jetzt? Noch einen geschnittenen Stein. Ich wollte grad sagen, wie konnte man denn den geschnittenen Stein machen? Äh, bei Refine. Und unten. Ich hab' ich mach' schon. Dress, we fine. Weil ich hatte jetzt genug Steine für mehr geschnittene Steine. Ja, ich hab' auch schon welche. Ich war ja da unten. Ich hab' 36 Steine. Angeberin. Da, nimm die 10 und freu' dich. Okay. Äh, was wollte ich jetzt machen? Genau! Yeah! Die Alchemy Engine des Todes! Äh, die hier nicht hinpasst. What the fuck? Da kannst du noch 10 Steine nehmen. Da, genau da. Da, wo ich den zeigt. Das sieht so jetzt nicht. So richtig unnötig stressen. Oh Mann. Ich muss das Ding hier mal wegpacken. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Chop. 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 Ja, du bist so hungrig. Äh, wir sind alle hungrig. Meine Sanity geht runter. Deine Sanity geht runter. Unsere Sanity geht runter. Wir haben eine Alchemie Engine. Alchemie Engine. Was ist eigentlich Rot? Oder Rot? Näh. Was? Rot ist verrottet. Das heißt, du hattest Essen im Inventar, das ist schlecht geworden. Ach so. Gut. So, mit der Alchemie Engine kann ich mir jetzt hoffentlich, äh... Nein, denn dafür brauch ich Gras. Willst du mich verarschen? Schnell Beeilung, bevor es dunkel wird. Ah, ein Grasbüschel. Los, schnell, schnell. Ja, ich hab's. Also, ich hab genug zum Anzünden jetzt. Ja, ich hab Gras. Ich hab Gras. Und ich hab die schnelle Farm. Super klasse. Ah. Yes. Wir werden sowas von eventuell überleben. Eventuell. Ja. Ja. Oh Gott. Hast du das dir jetzt Essen gemacht, oder? Das hier? Oder hab ich das gemacht? Eigentlich nicht, aber ich bräuchte was zu essen. Ich hab 27. 20. Wie viel hast du noch? Äh, ich hab 76 Hunger, so es geht. Jetzt hab ich 63. Nein! Ihr verfickten Hurensöhne! Ah, lecker Feuer! Ah, nicht wieder auf die Hand! Ah, ah, ah! Ihr verfickten... Wo seid ihr denn? Von da oben rechts. Einmal. Ah, verdammt, ah! Ah, verdammt, ah! Ah, verdammt, ah! Das sind eigentlich zwei Hände. Ja, ich achte auf die eine und du auf die andere. Ja, wo ist denn die andere? Keine Ahnung. Ah, verdammt, ah! Ich hab da meinen Finger. Ah, 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 ah! Böser Finger als Todes. Ah, nein! Es kommt anscheinend nur eine Hand, okay? Ich trampel jetzt einfach immer drauf rum, wenn sie irgendwie versucht, nur herzukommen. Die kommt vielleicht wegen dir, die Hände, weil die kommen ab einem bestimmten Sanity-Level. Ja, wegen meinem, weil, sag ja, meine Sanity ist auch... Ich hab eine von 49. So, ich guck jetzt mal nach... Ich hab gar nichts, okay. Äh. Ich brauch Zeug, damit ich anderes Zeug machen kann. Damit, äh, wiederum... Ja, ja, ja. Ah, wir bräuchten eigentlich einen Kühlschrank. Das sieht alles so wie auf Drogen aus. So schlimm ist es bei dir schon. Es schwabbelt halt alles so hin und her. Ich hab eine Sanity von 50. Dann pflück doch mal ein paar Blumen. Ich sammle jetzt gerade erstmal Beeren. Wir brauchen irgendwas zu essen. Ja, aber du musst auch Blumen pflücken, nicht vergessen. Wenn nicht, ich hab noch ein Bagnet. Damit können wir uns Schmetterlinge fangen, dann können wir die einpflanzen. Das werden dann Blumen. Ich bin mir merkwürdigerweise. Mal gucken, ob ich auf dem Weg irgendwelche Blumen sehe. Ich hab ja eine Menge Zeug gefunden. Hey, Froschkönig. Hast du Blumen gesehen? Ja, ich muss mal irgendwas anzünden. Hier. Einmal da. Und einmal hier. Schnell abhauen. Ich bin wie so ein Brandstifter. Verstehst du immer noch nicht, dass die Feuerschaden kriegen kann. Au, Feuerschaden. Das macht für mich den ganzen Charakter kaputt. Das tat weh. Wieso bin ich mein ganzes Inventar zu gemüllt? So eine Kacke. Weil ich mein, ich hab jetzt Don't Starve noch nicht so lange gespielt wie du. Er fällt mich so erfolgreich. Aber mit Willow hatte ich nie Sanity-Probleme, weil ich hab halt alles abgefackelt, was mir in die Quere kam. Wir brauchen ja Kohle. Du kannst ruhig, wenn du ein paar hübsche Bäume siehst, leg drauf los. Sie kriegt da Feuerschaden hier. Den rennst du halt weg. Weil das ist nun mal Punkt Nummer 1, um ihre Sanity oben zu halten. Musst du halt wegrennen. Wieso sind hier Killerbienen unterwegs? Oh nein. Oh nein, die Killerbiene. Nein, Hilfe. Zudem ist mein Feuerzeug leer. Mein schönes Feuerzeug. Das ist auch so, was ich nicht verstehe. Ist ein Feuerzeug hier leer gehen kann. Nein, die Kohle, die Kohle. Die Kohle. Na komm, zünd den Baumann. Ah, schön. Komm, zünd das Gras an. Ah, schön. Ah! Nein, nicht verbrennen. Nicht die Pfoten verbrennen. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Das ist so kackig. So. Ich will auch 24 Lebenspunkte. Wilson, mach ein bisschen Hinne. Oh, warum fuck ich denn jetzt hier alles ab? Es ist übrigens Frühling. Die Season Start, äh, Dinger. Das heißt, es wird bald Sommer. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen kackverkackten Dreckscheißkühlschrank. Einen kackverdreckten Kackscheißkühlschrank. Und dafür müssen wir jetzt für diesen Kackviechern da oben. Aber die töten uns, so wie wir jetzt ausgerüstet sind. Hätten wir doch nur mehr Leben. Ah, verdammte Kacke. Wir müssen nur einen facken Viech umein damit. Ich bin immer noch ein bisschen sauer. Ich merk's gar nicht. Und die überziehen wieder die Folge. Das war's mit Don't Starve. Together, together. Together. Together, together, together. Hier ist ein Spinnennest. Halt dich bloß davon fern, sonst sterben wir noch. Hallo, Riesenspinne. Hey, was wollt ihr, hä? Witz aufs Maul, hä? Ich geb dir voll, ich geb dir voll Woundhouse-Kick in die Fresse, ey. Da ist Kohle. Hm, Kohle. Oh, das ist halt was Süßes. Oh, da liegt 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 was Süßes. Mim, mim. Aus, böse Spinnen. Aus. Pfui. Pfui. Pfui, Blatt. So, koch den Scheiß mal. Äh, wollen wir dann kurz die Folge beenden? Ja. Machen wir das. Okay, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise Abend, was auch immer gerade bei euch ist, wenn ihr dieses Video hier seht. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.